Das ist extrem wichtig, dass wir die Patienten gut überwachen können. Es war auch sehr wichtig, dass wir eben den Umzug sozusagen vom alten Monitoring zum neuen Monitoring völlig problemlos haben ablaufen lassen können. Wir haben von vornherein einen sehr großen Arbeitskreis gebildet, in dem alle beteiligt waren. Wir waren da mit der Firma Philips sehr zufrieden, weil X3 für den Anwender problemlos läuft und für uns für die Medizintechnik problemlos läuft und es spart einfach Zeit. Dieses Ziehen mit dem Finger, das Bedienen, dieses intuitive Touch-Bedienen ist in meinen Augen für meine Generation ein Feature, das brauche ich einfach. Mit ST-Segment-Überwachung, mit invasiver Blutdruckmessung, alles in diesem Gerät macht das selbstverständlich Vorteile für die Patientensicherheit, weil wir eben keine Lücken mehr haben. In unserem neuen OP ist es so, dass wir weitere Wege haben, von den Einleitungen zu den OPs. Da muss man auch über Gänge gehen. Der X3-Monitor ist natürlich dieser kleine Transportmonitor, der für uns insofern halt wirklich ein tolles Monitoring ist, weil wir eben Patienten an welcher Stelle auch immer schon mal ankabeln können und wir haben einen Patienten praktisch also von der ersten Stelle bis zur letzten Stelle haben wir den immer bewacht. Das ermöglicht der X3, das ist robust, das funktioniert prima und da sind wir froh, dass wir es haben. Innovation & You Philips Wege Dasứ Dasитесь Alles Virgüro Das Was 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 今日